Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, Squad Builder Battle, wieder zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um den Team of the Season von Buscats. Richtig geile Karte. Mach ich ganz natürlich, ganz natürlich, okay. Egal, ob es jetzt kein gutes Deutsch war, ich schneide es jetzt nicht raus. Mach ich natürlich nicht alleine. Die Jungs von All in FIFA haben mich angefragt, beziehungsweise gefragt. Und ich fand, es wurde endlich wieder mal der Zeit, an der Zeit, dass wir aufnehmen. Ich grüße euch, Brasswurst. Hi. Moin, moin. Moinsinn. Lang ist her. Hi. Wird wieder Zeit, mal wieder um Spanier. Ich glaube, letztes Mal war es Ramos, jetzt ist es Buscats. Stimmt, Ramos. Rauch und Tots. Ja, stimmt. Da sind wir wieder. Es war FIFA 18. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie sehr, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, zum Tots. Ende FIFA 18. Tots, Ramos. Wir hatten den in Rot gezogen, glücklicherweise, weil man hatte den ja in Rot dann irgendwie bekommen. Die Tots, die war die Weekend League und du hattest den in den Blau gezogen. Alter, krass. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, aber es ist schon längst wieder die Zeit. Und die Zeit ist heute. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich hoffe, euch gefällt, dass die Jungs am Start sind. Hinterlässt gerne einen Daumen nach oben. Es geht wieder los auf meinen Kanal. Und schaut natürlich im Anschluss. Bei den Jungs dabei, Links ist ganz oben in der Videobeschreibung. Daumen nach oben und Like dort hinterlassen. Ah, ist ja dasselbe. Daumen nach oben und Abo hinterlassen. Ich habe die 4-1-2-1-2, die Jungs haben 4-3-2-1. Und ich würde mal meinen, ihr als Gast. Ihr könnt gerne mal reinhalten. Bei mir ist LM und RM. Wir halten rein das Brett. Ey, ich bin der Meinung, also das ist die gefährlichste Stelle, also der gefährlichste Spieler, den ihr mir raussnappen könnt, meiner Meinung. Und ich habe mich entschieden, rechtes Mittelfeld für Wants to Watch Malcolm. Linkes Mittelfeld habe ich mich für eine weitere Special Karte entschieden. 99 P's, 99 Beweglichkeit, Screamy, Coquet. Okay. Ja, beide. Okay. Okay, wir sind rechts mit Promis gegangen. Wieder mal. Weil es ist eigentlich einfach dein Lieblingsspieler, haben wir so das Gefühl. Ja, und dann links Coutinho dachten wir. Also ich darf beide behalten. Gefällt mir. Aber ich glaube, bei euch ist das ebenfalls schwer. Ich wusste echt nicht, ich habe auf gut Glück. So, wir stellen mal rein. Ja, auf der rechten Seite gehen wir. Ich habe eigentlich schon gar keine Lust, den jetzt reinzustellen, weil ich habe irgendwie im Gefühl, dass du den jetzt steile Flöten. Ja, gleich hast. So, rechte Seite haben wir Emelkin. Kennst du ja irgendwo, ja? Ja, den kenne ich. Linke Seite kennst du, glaube ich, auch ganz gut. Das ist Scream-Cookie. Scheiße, ich dachte, ihr habt ihn nicht. Und im Sturm haben wir diese pinke, lila, was auch immer Karte von, ich rolle im Benzabra mit Benzema. Benzema? Ja. Alter, stabil. Aber Melkem, tauschen wir mit einem Torhüter, meine Besten. Oh Mann, ey. Es fängt schon wieder gleich gut an hier. Naja, gut. Kann man nichts machen. Mir gefällt das. Mir nicht. Aber ich bin nicht so großsprüig lieber, weil... Mein letzter SBB hat bewiesen, dass man ein bisschen den Ball flach halten sollte. Genau, Pato. Und deswegen, wir gehen in die nächste Runde. Jo. Jungs, die haben mich gerade gemutet. Wenn die meinen ZOM und beide Stürmer erraten, bekommen sie 100 Euro von mir. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört, was ich gesagt habe. So, weiter geht's. Eine neue Runde, wir hatten noch nicht, wer will noch mal. Es geht ZOM, Stürmer, Stürmer bei Pato und ZM, ZM bei uns. Wuhu. Geil. Leute, Leute, ich bin so motiviert, endlich diesen Spieler in einer SBB zu verwenden. Dazu hat es einen geilen ZOM benötigt, der Brasilianer ist, Team of the Season, Oskar. Und ich denke, ihr wisst ganz genau, wie der nächste Hase laufen wird. Nämlich. Rückwärts. Wo ist er denn? Karnebal, Hulk, sowie Alexandre Pato, Flashback. Wir haben Coutinho, Jesus und Rich Alisson. Richie, Richie Rich. Ich habe nämlich gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wenn ihr einen von den dreien erratet hättet, ich hätte euch im nächsten Stream einen Hunderter donated, weil dieser Oskar wurde nirgends angezeigt. Er ist ganz, ganz hinten bei Foodbin. Und deswegen haben wir gedacht, das muss safe gehen. Yes, aber geil gemacht auf jeden Fall. Schade. Also, ja, wir können ja im Endeffekt jetzt nochmal raten, oder? Ja. Also, machen wir das nochmal. Ja, na klar. Ja, na klar. Mann, ey, in der Hülle, Hülle. Okay, alles klar. Wir stellen bei uns rein. Wir haben rechts einen, den du auf dem Brett zu stehen hast. Nämlich. Die Rakete. Raketic. Und... Raketic? Ja. Wie er es schon sagt, Raketic. Den, den ich aufgeschaut habe. Juhu. Ich habe den Mund verstanden. Ich habe den Mund verstanden. Ich habe den Mund verstanden. Okay. Raketic? Und den waren wir links. Links. Links haben wir Fabian. Fabian Müller. Ja, aus... Oha, den kenne ich gar nicht. Ja, wir auch nicht. Der spielt nämlich bei Irdingen. Und der ist gut. Genau. Okay, krass. Aber Leute, ihr dürft beide behalten. Ich habe Patay aufgeschrieben und Rotri. Team of the Season. Oh, ohne Witz. Ich dachte gerade, ihr sagt, wir müssen beide raushauen. Wir müssen beide rausmachen. Fabian kenne ich gar nicht. Aber trotzdem rausgeschreibt. Das wäre so krass. Das wäre so krass. Aber gut. Gut gemacht. Außenverteidiger, Leute. Ich bin gespannt. Juhu. Jetzt snipen wir aber einen Abfahrt. Fabian Müller heißt der. Nein, Mann. Der heißt Fabian von Neapel, der. Achso. Übrigens, wir haben eins vergessen. Wir haben eins vergessen. Du hast den mittleren ZM bei uns gar nicht gewohnt. Wer haben wir denn da? Wer mit der? Du hast den ZM bei uns, den mittleren, gar nicht gemacht. Wen haben wir da? Was glaubst du? Huskets. Okay, schade, aber müssen wir rausmachen. Machen wir raus. So, der kann ja schon mal nicht abgestoßen werden. Sehr gut. Was? Offiziell erraten. Idioten. Ich dachte, was wollt ihr da? Es ist aufgenommen. So, wir haben dich gefragt. Du hast ihn erraten. Er muss weg. Ja, dann müssen wir ihn rausgeben. Ja, haben wir. Ah, ich weiß schon. Okay, ich hab's gecheckt. Oh no. Ich bin sehr, sehr motiviert, euch einen rauszusnipen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Also, wenn du ein dreister Mensch bist, dann kannst du uns beide raussnipen, weil wir sind auch dreist. Welche? Wir dachten, wir führen dich so in die polnische zweite Liga gegangen. Und gehen da mal mit Strubikowski und einmal mit Willenowski. Das sind Geschwister. Den hab ich auch. Nein. Also, links haben wir Goulam und rechts Semedo. So. Soll ich euch was sagen? Nein. Nein. Ich war bei dem Gedankengang, dass ihr trotzdem diese Vereine behaltet. Aber, links bin ich mit Rui gegangen, rechts hab ich Semedo. Die rechte Seite läuft. Also, die rechte Seite, die kannst du wirklich nach Hause schicken und gar nicht spülen. Verkauf mal ein bisschen. Sonst kosten die wieder nicht. Achso, den brauche ich mal verkaufen. Den dürfen wir in das Spiel. Stimmt. Aber wir... Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Wirklich, Alter. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Unser Verein ist einfach broke. Haltet ihr schon ran? Nein. Warte. Wir müssen erstmal Spiele abstoßen. Okay. Wir halten jetzt mal... Nein. Das ist fein. Und hoffen, dass wir auch endlich mal was treffen. So. Ey. Ich hoffe nicht, dass ihr denselben wie vorher aufgeschrieben habt. Flashback Dani Alves. Scheiße. Den habt ihr. Links ist, glaube ich, EuroLeague Man of the Match Lato. Marco. Oh, fast. Der wird 20 verteidigen. Ey, Mann. Alter. Wir haben tatsächlich aber den aufgeschrieben, den wir vorher auch aufgeschrieben haben. Ist das euer Ernst? Ja. Aber Alonso. Echt? Mann. Ja. Aber... Wir haben rechts keinen Dani Alves. Haben wir nicht. Wir haben Semedo. Ah. Yes. Ja. Wurde geil. Wirklich. Da habe ich richtig Lust drauf. Wird sehr, sehr geil. Ich schwöre es euch. Ich habe das Team, den diese Jungs geschickt. Also in die... Ich bin mit denen und mit den Moderatoren in einer Gruppe, ne? Und wenn das Team fertig ist, es sieht nach einem mega geilen Fun-Team aus. Alter. Ich glaube, ich werde mit dem die Weekend League spielen. Wenn das komplett ist. Wenn ich es schaffe. Na, dir wird es sicher fun. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Nach dem Spruch jetzt kommt jetzt wieder Willi Karma, ja? Und der Willi, der ist nämlich immer ganz gut da drin, sowas dann zu vermeiden. Also, ich glaube, das... Ja, musst du leider jetzt nicht alles spielen dürfen. Gibt aber auch noch die andere Taktik. Vielleicht habe ich das absichtlich gesagt, mein Bester. Also, Leute. Finale. Das ist ein schönes Fun-Team auf jeden Fall. Obwohl Neto da nicht so reinpasst. Fertig. Seid ihr auch gleich fertig. Ach, diese schlechte Laune, ey. Wirklich. Sorry. Tut mir leid. Ready? Wir halten rein. Mal gucken. Okay. Also, natürlich kann ich jetzt noch krass am Boden fallen. Daniel Alves, sage ich euch jetzt schon, ich wollte eigentlich Lala hin. Aber, dann hätte ich euch direkt zu meiner Verteidigung geführt. Weil das nämlich Franzosen sind. Ich habe eine Icon genommen. Long. Ich habe eine Icon genommen. Long. Long. Long Moments. Nein. Hernandez. Food Birthday, glaube ich, ist das. Und... LaFont. Den habe ich gezogen in rots. Oblak. 92. Cool. Ja, viel Spaß beim Team. Ja, also mit dem Team. Viel Spaß mit dem... Ach, keine Ahnung. Spiel doch einfach. Wen habt ihr? Keinen. Wen habt ihr? Wir haben Nacho, Silver und Neto. Süß. Alter. Aber trotzdem, trotzdem. Ich kann noch so aufs Maul fliegen. Das Teamstreak sieht geil aus, aber... Mach ruhig weiter so. Wie gesagt. Am besten snipest du uns die drei jetzt auch noch raus. Dann ist es jetzt nicht ganz so teuer für uns. So, wir stehen... Ja, dann erzählt mal. Jo, wir sind in der La Liga geblieben. Äh... Dachte ich mir. Wir gehen links mit. Wir haben links Totz Felipe. Dann haben wir rechts... Das ist eine Special-Karte, die ist sehr weit hinten. Deswegen schreibe ich den mal lieber. Eda Militaro von Porto. Und im Tor haben wir den heiligen Ika Kassias. Gott, ich möge auf ihn aufpassen. Wo ist er? Oh no! Ganz weit hinten. Welcher Militaro ist es denn? Ein roter. Der Eder. Ah, aber habt ihr sehr gut gemacht. Nacho, Ramos und Paul Lopez. Nochmal probiert. Das wäre witzig gewesen, also... Für die Zuschauer. Er dachte nicht so, wir haben ja eh keine Coins mehr. Wir werden genau dieselben Spieler nehmen, die wir eben hatten. Ja, weil ihr bei mir Alonso aufgeschrieben habt. Zu langsam wird der Pato überheblich hier, ja? Also... Frech. Meine Güte, ey. Aber egal. Sorry. Wir geben unser Bestes. Wir haben ja jetzt nur... Drei... Zwei Bronzespieler. Soooo... Ihr habt aber... Alter, euer Team sieht aber auch geil aus. Vor allem Prime Moment Long. Ich weiß ja nicht die Normale. Ja, der ist süß. Ich weiß, aber... Cutie ist das. Geil. Kleiner Cutie Pie. Von... Von Zeman gefällt mir auch mega. Also, viel Erfolg Jungs. Danke, wir auch. Voll gespannt. Wir auch. Chi Chi. Geert. Was? Nein, nein, nein. Pato, hör auf zu laufen. Nice. Yeah. Perfekt. Mach noch 10. Und dann läuft's. Dann hab ich Bon Semmer. Ja. Pato. Sonst sind wir tot, Digga. Du musst dich echt jetzt zusammenreizen. Mann. Come on, Pato. Komm mir sofort, als ob er nur keine gebändige Spieler hat. Jungs, es tut mir leid. Schöne geht, Mann. Wieso schießt der auch nicht mit dem anderen. Weshalb? Nun, ja, komm. Oh, ja, oh, ja. Yes. Zweimal den Ball angenommen wie so'n Tröten Heinz, Alter. Ja. Nein. Mann. Ein so'n Pass. Wird sofort... ... extrem verhindert. Ich guck dir das an, Alter. Ein Pass. Wieder für unsere Glotzen. Oh, ja. Come on. 4 zu 0. Kassius ist auch ein richtiges Biest im Tor. Ja, der macht das in die Genfenspiel. Jetzt müssen wir nur 3 abstoßen, oder? Ja. Plus 3. Ist dann nur 3-0. Oha. 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 Und... Was? Da war ne Bananenscheine. Stark. Ja. Also, nur mal so. Es waren 3 Pässe, die nicht mal richtig angekommen sind bei dir eigentlich. Ja, das stimmt. Aber ich war ungedeckt so. Von daher... Das Mittelfeld kommt halt auch nicht hinterher. Oh nein. Nein, nicht doch! Der ne. Den müssen wir... Oh, Glück gehabt. Jetzt hat der Glück gehabt. Alter, das ist die beste Aufnahme, die ich je gemacht hab. Das macht richtig Laune. Kann ich mir vorstellen, Kappa. Seid ihr bereit, Jungs? Jo. Okay, Leute. Fünf Picks. Gebt doch alle noch mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Im Anschluss unbedingt bei den Jungs vorbeischauen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ähm... Zuallererst... Nehm ich den rechten Innenverteidiger. Ja. Wir sagen dann später, dass es werden. Okay. Ähm... Den Torwart nehm ich ebenfalls. Mhm. Den rechten Sturm. Den linken Verteidiger. Linken Innenverteidiger oder linken Verteidiger? Den linken Verteidiger. Okay. Und den rechten ZM. Aber es ist noch halbwegs... Halbwegs. Ist noch halbwegs in Ordnung, ja. Aber... Du hast Eda Militano in Rot. Du hast Fabian. Kroke. Kroke Scream. Den man nicht mehr wiederkriegt. Aber kein Casillas, kein Felipe, kein Benzema, kein Busquets. Achso, und Raketisch natürlich. Ja. Wo war Benzema? Im Sturm, ne? Sturm, linker. Sturm war Busquets. Dahinter Casillas und Felipe. Boah. Boah. Okay, das ging jetzt echt limpflich. Wir haben gehofft. Du nimmst einfach die komplette Verteidigung und den Torwart. Ja. Weil das wären genau fünf, so... Ja, GG. Ähm... Habe ich überlegt, das ist Mittelfeld. Ebenfalls GG. Keine Ahnung. Also... Ich fühl mich ein bisschen missbraucht. Aber wir machen die Konsole jetzt aus. Aber trotz allem... Trotz allem, es hat mir mega Spaß gemacht. Ja, okay, das sagt man immer, wenn man gewonnen hat, ne? Hat trotzdem Bock gemacht. Danke nochmal. Ich bin auch da nicht. Aber ja. Ne, war cool, bis aufs Gameplay halt. Also... Ja, ist echt so. Guckt jetzt unbedingt bei den Jungs vorbei. Vergiss nicht den Daumen nach oben zu drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke, morgen wird das nächste Video kommen bei mir. Bei den Jungs, die haben eh, glaube ich, immer daily uploads. Und ja, die Boys haben das letzte Wort. Ich verabschiede mich von euch. Ciao! Ciao! Ja, was soll man sagen? Ähm... Ich geh jetzt ins Krankenhaus. Okay, ich begleite dich. Notaufnahme. Ähm... Danke für die Einladung. Beziehungsweise danke... Wir haben dich ja gefragt, ja. Danke für die Aufnahme in dem Fall. Und ähm... Ja, Digi. Gerne, gerne wieder. Und... Oh... Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Was auch immer. Wir gehen jetzt weinen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!